das ist doch so viele leute warum haben wir jetzt nicht vier spieler ja komm mal rüber wenn wir umgebaut haben was habe ich erst gemacht du hast putte gemacht nicht spiel verlassen was das auch spielt so ist das kleiner von uns gespielt sie oder so wie sollen wir denn aus der küche was du hast du kannst das jetzt mit dem wlan verlesen das ist ein shooter mit autos nutzerwahrung es kann sein dass wir gleich ein kleines recht ich habe das seit der playstation 2 nie wieder gespielt steve oder jules darf ich ganz kurz wie macht man jetzt start ich bin ja bei den einstellungen jetzt können wir uns alle ein auto aussuchen ich bin oben links ich bin unten rechts jungs wenn ihr irgendwas da machen wollt das ist ein shooter mit autos ich nehme mal einen schritt sehen ich nehme den outlaw oh gott das war ja gerade so ein Wie heißt der Typ? Der Film war nicht. Boah, D.C. Outlack. Wo Nicolas Cage diesen Iker spielt. Der, äh, äh... Ah, so, äh... Ghost Rider, genau. Was kam jetzt tatsächlich im Kino? Könnt ihr euch enthalten? Ah, sorry. Meint jeder. Ja, sind alle noch da. Ich bin bereit. Äh, fest geht jetzt. Eins, zwei, drei. Die ist schon cool. Ich weiß nicht, ob immer noch online sind. Alle X mal drauf. X, 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 X. Wer hat denn noch nicht gedrückt? Oh nein. Ach so, Steve. Ich, ich, ich. Ich muss hier noch nicht mehr da, dass der Stream läuft. Jo. Also, wie einige von euch bestimmt schon gesehen haben, seit ungefähr 1000 Stunden. Seit ungefähr 1000. Wir spielen jetzt eine Runde Twisted Metal auf der PS3. Wisst ihr, wie es geht? Nö. Gut, ich auch nicht. Das wird lustig. Kennt ihr die Steuerung? Nö. Ich auch nicht. Läuft. Ja, das wird super. Wahrscheinlich gibt es einen Knopf, wir schießen. Und einen wir fahren. Ich hoffe. Das wäre, das wäre voll super. Wir haben hier noch mehr. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es kann sein, dass es wegen WLAN ein bisschen abkackt. 666 Euro. Ding, ding, ding. Kommt gerade in meinen Chat rein. Oh. 666. Vor allen Dingen 666 Euro von Anonymous ohne Message. Was? Einfach so. Was? Läuft bei dir. Alter, ich pack's nicht, Leute. Wir sind bei 13.221 Euro. Alter. Ihr seid awesome, Leute. Das ist ja absolute Shit, ey. Ey, ohne Scheiß. Wir schaffen es wirklich, dass jeder dieser Vereine weit über 1000 Euro kriegt. Funktioniert aus letztendlich. So lässt sich was verwegen, also. Ohne Scheiß. Jetzt mal ganz ehrlich. Also jetzt mal hier, Manuel Neuer auf dem Tisch. Wir haben gehofft, dass wir in den ersten 24 Stunden 10.000 Euro schaffen. Das war unsere, das war unsere Hoffnung. Sweet. Ich glaube, wir sind doof. Kinder, ich begebe mich jetzt in die Küche und eine Frutter. Viel Spaß bei der Kochen. Bei Rob Bubble könnt ihr ihm beim Kochen zugucken und uns beim Zocken machen. Ich komm jetzt mit. Dann zieh mich da. Ja, sonst, sonst. Nö. Du musst ja spielen. Ja. Jetzt gehen ja alle außer du. Aber ich wollte eigentlich Outlast zocken. Aber Outlast funktioniert nicht. Super. Komm, wir spielen erstmal. Alter, ich hab schon auf Outlast funktioniert. Drück mal Start. Layer 1 muss noch. Ja. Okay. Ich drück einfach alle Tasten, das wird schon funktionieren, oder? Äh, lass mal rauskriegen, wie man so steuert. Ja. Warte mal. Grindhouse. Wie man irgendwas tut. Wir haben schon wieder eine Trophäe verdient, ohne was zu machen. Einfach alte Schuhe. Ja. Wir haben's drauf. Guck mal, in der linken unteren Ecke des Bildschirms siehst du, wie viele Kugeln du für das Mega-Gewehr noch hast. Das wissen wir schon mal jetzt. Ja. Immerhin. Awesome. Ist auch ein schöner Name. Arme Summe. Warte mal kurz. Wo bin ich eigentlich? Ich bin... Alter, guck mal, die können sich auf der Stelle drehen. Ja. Ein bisschen Gas geben. Ja. Auf Dreieck. Äh, ne. Auf Quadrat. Auf Quadrat, okay. Äh, was ist auf Kreis? Auf Kreis ist hart bremsen. X ist hart bremsen, oder? X ist nix. Wieso? Sicher? Achso doch, X ist... X ist hart. X ist Sliden. Äh, wie heißt es? Driften. Ja, genau. Wow, what the fuck have I done? Ich bin irgendwo runtergefallen. Hier ist... Ey, wo seid ihr denn? Irgendwas? Und... Wow, was war denn das grad? Das war ich mein Freund. Äh, und jetzt will ich nicht mehr, dass du mich angreißt. Geh weg. Wo bist du? Alter, wie übel ist denn das? Du hast dich gerade einfach ausgewählt, ja? Gibt's auch ne Handbremse oder sowas? Die sind wahnsinnig schwer. Ja, mit X. Wahnsinnig schwer. Wo geht irgendwas? Okay. Wer ist denn Spieler 2? Wow, Alter, warum macht Spieler 2 so... Ich war einfach nur geiß. Wow, Alter, was hat ein Spieler 2 für Knarren auch! Wow! Ich hab da irgendjemand gerammt. Wer ist denn Spieler 2? Keine Ahnung, auf jeden Fall geht Spieler 2 hart ab. Da hat sich jemand voll instrumentierte Rockige Metal Songs gewünscht. Was ist denn los, warum kommt da kein Tor raus? Wow, Alter, ich bin durch. Ich bin gerade noch am Twisted Metal-Zocken. Mach mal Pause kurz. Oder spielst du mit Rick? Dann spielst du mit Rick oder auf den Beobachter-Posten. Okay, rückwärts. Ich muss irgendwie noch mal spielen. Das ist irgendwie... Was willst du denn zocken, Jules? Wo seid ihr denn alle? Da ist einer. Friss mein Auto! Alter, ich musste mal hier irgendwen... Oh nein! Warst du das, Flo? Ja. Was muss ich machen? Ne, ich war das. Ich würde sagen, Flo ist wieder Flo sind jetzt. Flo sind Joghurt. Flo sind Joghurt. Warum schießt man da denn von ganz alleine? Alter, ich krieg dich so hart da, wer auch immer du bist. Ich glaub, das wäre nicht Flo. Äh, Jules. Äh, hab ich das getroffen? Bitte. Wie schieß ich denn zur Hölle? Mit R und L2. So, also. Kommt drauf an, was du gerade für Waffen hast. Wir spielen heute... Alter, Flo! Ich bin jetzt zu zweit. Wie? Was bist du denn für ein Vogel? Was hast du denn für die härtesten Waffen? Oder für eine härteste Panzerung vor allem? Ja, das hat eine richtig krasse Panzerung. Alter! Ich werd die ganze... Aber ich werd langsam mit der Steuerung warm. Alter! Die ist aber sehr gut, eigentlich. Ich nicht, Mann. Das geht mir gar nicht rein. Boah, shit! Nein! Ich hab' das zu fast. Junkie Adorbs echt noch. Aber... Du musst wirklich rennen. Alles andere. Walda! Ich krieg' diese Scheiß. Nein! Die 20.000 knacken wir auch noch. Hallo? Euch ist bewusst, dass 24 Stunden nur das Minimum ist, ja? Das kann sich eventuell noch verlängern, aber... Wie kann man... Wie kann man... Wie kann man... Wie kann man... Wie kann man das Kino reinfahren? Was zur Hölle ist das denn? Boah, ich will auch... Guck mal, ich bin im Kino. Das ist cool. Nice! Sag mal, nur mal so. Wollen wir uns so einen halben... Also ich bin im Rock, ich will uns so einen halben Schlafplan machen. Ja! Damit wir eben zu den Stoßzeiten... Damit zu den Stoßzeiten doch mehr Leute fit sind. Wuhu! Weißt du, dass halt nachts... Alter! Jackpot! Flor, welcher bist du jetzt davon? Äh, Flausenmann? Oh, um rechts. Der... Der... Dieser krasse. Wir müssen deinen Stream kurz abrechnen und die Kabel wechseln. Dass du einmal das Kabel reinsteckst und meinst... Das Kabel... Warum hab ich jetzt auf einmal Nitro? Was ist das denn? Äh, das... Also das... Bei mir war das... Wohu! 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 Das Spiel ist super! Das Spiel ist super! Ohne Scheiß! Ich feier das grad! Ich feier das wirklich! Ja, dann fahr halt raus! War das Spieler 1, Flo? Bist du das? Fick dich! Bist du hinter mir? Alter, was bist du denn für ein Penner, Alter? Mit Ansage! Was war das denn für eine Aktion grad, Alter? 10-20 Sekunden! Nicht ordentlich! Und du mit dem ollen Stashkragen siehst doch böse aus! Ja, Mann! Ey, pass auf Flo, Alter! Jetzt bist du dran, ey! Ohne Scheiß, Alter! Stimmt, Alter! Falls ihr ihn da nicht automatisch lebt... Einfach einmal in 5 Sekunden... Boah, Alter! Wo ist der Truck hier? Ähm... Da kriegst du jedes Mal eine neue Karre? Kann man sich auswöhnen? Ist dir gut bei der Reise, wir machen jetzt das Karte raus! Okay! Stimmt, Alter! Nein! Ah, Gott! Ah! Wo, 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 wo! Das geht zu langsam! Alter, halt, zurück weg! Scheiß, ich brenne schon wieder, Alter! BAM! Kannst du mal irgendwas machen, Auto, bitte? Was? Alter, geht denn da grad ab? Wohu! Fuck! Alter, hast du mich grad totgecrashed? Ich... Wow! Ich hab mich selber totgecrashed! Das ist halt extrem krass! Was jetzt? Es explodiert! Oh, geil! Äh, kriegen wir... Kriegen wir einen Betrag hin? Ich mach das! Kann jetzt einer irgendwas spenden, damit wir 1-3-3-3-3-3-7 hinkriegen? Alter, ich hab ne ganz kranke Knarre! Ab der OBS hab ich selber! Also... Du kennst das auch? Ja! Oh, aber... Das war die Wand! Wie fährt man rückwärts? Äh... Oh! Sie haben sie hell gesendet! Äh, sie haben sie hell gesendet! Äh, sie haben sie hell gesendet! Yeah! Äh, wie läuft man da erstmal? Quasi ein Spenden-Marathon ohne Reality-TV ist das nicht schön! Wer ist denn das rechts unten da? Steve! Den übernehme ich jetzt mal! Wenn mir... Oh! Was ist das denn für ein Einstand? Ich nehme den Kontrollland! Stürb! Stürb! Ja, das sind die Regel hier bei mir gerade! Ja, aber ich war... Alter, da rennt einfach... Da rennen brennende Leute rum! Ja, ja, das ist voll krass! Voll brutal! Freunde! Seid ihr das? Hahaha! Wie fährt man denn? Mit, äh... Vierecken oder weise! Stürb! 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 Ey, kann ich vielleicht erstmal... Ey, können wir Flo's Karre bitte ausm... Ne, ist doch gut, Mann! Die ist einfach so gut! Ja, aber... Wie bremst man so, dass man sich komplett umdreht? Mit X! Aber ich bin doch irgendwie so ein bisschen der Dirkking hier, oder? Ich hab das irgendwie drauf! Ja, das Problem ist halt... Niemand kann was gegen dich ausrichten! Guck mal, du fährst einfach alle tot! Hier, guck mal! Du fährst nur! Siehst du das? Du schiebst mich und ich sterbe! Ok, spring mal drauf! Liebe Leute! Was zur Hölle ist das denn? Springen? Achso, jetzt hab ich gar kein Köpfle! Was? Springen? Du kannst springen? Mein Auto ist grad hoch! Na, verschiedene Autos können verschiedene Ringe! Ach, wenn man R1 und R2 zusammendrückt? Weil mit R1 kann ich ja auch gleichzeitig... Ja, dann lass es aber nicht... So... Na, ok, jetzt kann ich, glaub ich hab das Spiel... Alter, ich hab's immer noch nicht richtig raus! Oh, shit! Oh, shit! Wo seid ihr? Ich will... Da, seid ihr! Ich will Fracks machen! Wo seid ihr? Irgendwie fällt mir daher, ich kriege gerade hier auf den Säck! Ah, hier! Frischreich! Stirb! Ich spring jetzt einfach auf dich rauf, Alter! Komm her! Woah! Woah! Du springst! Alter! Jumpstyle Motherfucker! What the fuck, Alter! Ich nehm mir jetzt mal hier Kamikaze, Alter! Dann geht's ab! Frisst das Auto! Woah, Alter! Was ist grad passiert? Alter! Kamikaze nehm ich auf! Ich fühl mich echt wie der TL1000! Aber ich... Guck mal, ich schieße auch die ganze Zeit auf dich ein und es passiert einfach nichts! Also was ist ein R1? Anvisieren, ne? R1 ist was? R1... R1 kann irgendwas? Oh, fuck off! Oh, fuck off, Alter! Du Hurensohn! Liebe Leute! Ich werd richtig sauer hier! Hau dann zu, Mann! So, abschlepp, Freude! Nee, du hättest... Nein! Ihr wisst, dass R1 und so... Weiß ich nicht! Was denn? Ey, da fragt man auch LHP! Wo wüsst du LHP? Nein! Du kannst... Ihr könnt keine Symbolisten töten! Achso! Wenn ihr... Wenn ihr R1 und L1 gleichzeitig durchspringt... Ich hab jetzt schon das zweite Auto, was das kann! Ich glaub jedes Auto kann das! Ja! Ja! Was, welches? Wo? R1 und L1! Ah, wie cool! Oh, nein! Scheiße, Alter! Ja, Mensch, Alter! Aber schön noch da! Alter! Alter! Was geht... Hast du jetzt ein Heli? Was ist denn bei dir kaputt? Ist das Geheim? NANDESKA! 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 Vor allen Dingen, ich löse aus Versehen immer gleich meine Special-Attacke aus. Eigentlich war das mal, weil ich dachte... Boah, das war S-D-E-E-Ratomy... Sch... 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 Ey, ist das nicht voll schlecht, dass du so tief fliegst? Mach doch an, von oben... Ja, das Problem ist...